hallo freunde der spielkultur beim letzten mal haben wir hier aufgehört und haben den gebiet des waldes verjagt und heute werden wir wahrscheinlich so weit kommen dass wir ihn das zweite mal treffen und und was sollte ich sagen genau in dieser seite mal kämpfen und besiegen müssen noch mal beim ersten mal ist es ja optional da hättet ihr auch davon laufen können ja das leer er ist noch schrott und heute möchte ich wirklich so weit kommen dass dass ich sagen kann wir haben das level geschafft so ein zufall da steht doch ein ganister was wird der wohl voll sein echt super jedenfalls heute möchte ich das level schaffen füllen wir mal ein absetzen aber jetzt möchte ich mal schauen ob ob ich hier irgendwas machen kann was brauchen wir hier überhaupt nicht das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht ist ok Gehen wir mal weiter. Ja. Hallo, Olga. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm fern gehalten. Mhm. Das schaust du. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Also nicht viel Zeit. Wieso ist von einmal dark? Ich kann dich nicht dorthin bringen. Das ist ja total buggy. Bei der heutigen Aussitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Aha. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund, anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade. Geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner. Pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Leerneufes zu kümmern. Ist es okay? Ich gehe mal einen Stockweg tiefer. Was war das? Ah, da ist der Bär durch. Da ist mein Lieblingskuschelbär durchgekommen. Ich hasse das Viech. Der Gebiet des Waldes. Ist so ein bösartiges Ding, eh. Schild. Dann ja, die Ausbilderin. Sie starb, als sie eine Gruppe Kinder von der Wölfen beschützte. Ah. Irrenvoller Tod. Wirklich. Diesmal nichts mehr. Ich bräuchte noch einen Heil. Achso. Dachte mich gerade. Ah, das haben wir eh schon. Wo kommen wir hier hin? Gehen wir mal, wenn wir in die eine Richtung müssen, in die andere. Nö, nö, nö. Ich verzichte in die, in diese Richtung war ich schon. Da haben wir ja beim vorletzten Mal, und dann beim letzten Mal sogar, haben wir drunter die Partiten getötet, um die Notiz zu bekommen. Ja. Ah. Wer klopft hier schon wieder herum? Was? Bei mir ist da letztens, ähm, eine Armbrust mit mir im Magazin gelegen. Das war richtig geil. Okay. Wir nehmen die Seilerutsche. Wir nehmen die Seilerutsche. Wir nehmen die Seilerutsche. Na, wir nehmen die Seilerutsche. Bitte. Schule. gut und ich wollte noch sagen wegen Sekiro momentan bei mir ist es extrem stressig deswegen kommt momentan weniger Sekiro weil ich noch einiges machen muss da ach gott was ist hier jetzt los schnell mal schnell speichern damit wir nicht wieder sterben und dann irgendwo landen was ist standard ist bei mir aber ich möchte es vermeiden ach tjom jammert schon wieder rum da bin ich hier jetzt hoch ach hier ist eine Leiter deswegen ich würde mich gerne ganz gerne ganz umdrehen was soll das ich muss mir jetzt ein boot klauen wenn ich mal hier aus dem gebüsch raus kommen würde mach mich hier ich brauche nämlich unbedingt ein medicaid dafür würde ich jetzt töten das war das war jetzt schon automatisch das war jetzt schon automatisch ich würde mich gerne bei mir als nächstes sehen ich würde es schreibt mir in die kommentare und ja das war es eigentlich ähm der metro exitus ist bald beendet ich hätte noch rage im angebot oder der witcher 3 dann weiß ich jetzt schon was das ergebnis ist dann weiß ich jetzt schon was das ergebnis ist wir haben von tag zu tag mehr fest was meinst du damit nicht fast sondern hell fängst du diesen sträumer den die pioniere aufgegriffen haben ja das ist doch gut der typ ist dann kommen das problem ist jetzt dass er nicht alleine na und wir erwischen doch immer alle man na 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 ja klar Toll. Das war irgendwie klar. Das war jetzt irgendwie klar. Dass das jetzt passieren wird. Ich war jetzt so dumm und habe mir keine Heilung gemacht. Irgendwie sind die Rohstoffe extrem rar in denen. Nicht was, sondern fehlend. Er ist für diesen Sträumer, die die Pioniere aufgegriffen haben. Ja, was ist das denn? Der Typ ist ein Kampf. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Er ist in der Ruhrwahl. Ich muss mich nicht mehr sagen. Der Zweite ist allerdings in der Schuhe. Ich sehe ihn. Da ist der Einzelne. Ja, was soll das? Das ist so kacke. Ma. Was mache ich da jetzt? Ich denke gerade nach. Ich könnte sie alle umbringen. Das ist das Einzige, was ich machen könnte. Sonst würde mir auch nichts einfallen. Es geht nicht mehr. hmm hmm trickser was du siehst ihn hmm hmm ja wo sind die leute hmm wo bis mal kurz gucken ob es sich ausgeht gerade ums nicht ah ja 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 verdammt gerade ums ich war einfach zu langsam grad hätte von den anderen auch gleich abknallen sollen dann wäre das alles kein problem gewesen dann wäre das alles kein problem gewesen mhm auf hardcore ist das ja 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 schnell schnell geht noch immer nicht nervt nervt ja 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 es ja 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 na ja Wo sind die ganzen? Es ist unfair, die spielen alle mit Waffen. Ja, du hättest nicht herkommen sollen. Lange kannst du dich nicht verstecken. Jetzt habe ich mich voll verschossen. Mal komm raus mit deinem Köpfchen. Mal komm raus mit deinem Köpfchen. Mit dem habe ich mich schon beschäftigt. Mal komm raus mit deinem Köpfchen. 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 Drinken! Schöne! Nein, nein, nein! was soll das hier ich bin tot ich habe schon viel spaß die sind empfindlicher wenn man wenn man sich durchschleicht dass ja die entdecken sich viel viel schneller als bei leichteren schwierigkeitsgraden was irgendwie klar ist ja zwecklos ist gar nichts aber lange genug wo sind die Arschlöcher wo sind die nein dann ist jetzt ein bisschen blöd die WKI ja er ist hier aber menschgott er ist nirgendwo hin er ist tot er ist tot er ist tot nirgendwo hin na gut ich sag mal beim nächsten mal werden wir hier weitermachen und die banditen hier töten aber jetzt ist unsere zeit schon abgelaufen oder ich mach das nebenbei mal wenn ich mehr zeit habe perfekt nein wo ist der wer der einringen der ist hier ich könnte mich gar nicht gesehen haben ja wo aber aber ist egal ich sag jetzt nur mal danke fürs einschalten und beim nächsten mal machen wir hier weiter und beende hoffentlich bald das level tiger und das new game plus damit wir das böse ende sehen ich habe einfach alles getötet was zum töten geht und ein paar andere bedingungen müssen eingehalten werden also bis zum nächsten mal ciao